Guten Tag, mein Name ist Leander Sukhoff, ich bin Schriftsteller, ich bin Gewerkschaftsmitglied und Mitglied der SPD. Die Prognosen für die AfD werden immer besser, aber ich glaube nicht, dass so viele Menschen in Deutschland wirklich Faschisten in der Regierung oder gar an der Regierung haben wollen. Ich glaube, viele der Menschen, die jetzt angeben, sie würden AfD wählen wollen, haben Angst, sind verunsichert und wissen nicht, was sie tun sollen. Und ich glaube, dass zu einem Gutteil die gesellschaftliche Linke einen Anteil daran hat, dass diese Leute diese Angaben machen. Vielleicht ist es tatsächlich richtig, dass wir bei allem Guten, was wir immer wieder gefordert haben, die Ausweitung der Rechte für Queere und Transgender, die Aufnahme in die Sprache, durch das Gendern, das dabei untergegangen ist, dass wir aber die einzige Kraft sind, die gesellschaftliche Linke insgesamt, die einzige Kraft ist, die dafür sorgen kann, dass soziale Gerechtigkeit in Deutschland herrscht. Das gilt sowohl für die Gewerkschaften, das gilt für die SPD, das gilt für die demokratischen Teile der Linken, also der Partei Die Linke. Vielleicht müssen wir das stärker betonen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass viele Leute vollständig verunsichert sind. Und dass ihnen immer wieder gesagt wird, wenn sie den falschen Sprachgebrauch verwenden, wenn sie irgendetwas tun, was sozusagen uns, mir ja auch, nicht gefällt. Wenn sie also nicht gendern in ihren Texten, wenn sie, wenn sie das Z-Wort sagen oder das N-Wort, dass sie dann als Rassisten und Rechtsradikale bezeichnet werden. Wir müssen aufhören, die Leute in diese Ecken zu stellen, die dort nicht hingehören. Und zugleich, und das ist das Schwierige, müssen wir natürlich damit weitermachen, die Leute in diese Ecken zu stellen, die auch in diese Ecken gehören. Wir müssen die Unterscheidung machen. Und wenn wir immer weiter auf die Leute draufschlagen, dann haben wir keinen Lernerfolg, sondern haben wir einen Fluchterfolg. Die fliehen in die Arme dieser Leute. Weil, nicht weil, sozusagen aus Protest uns gegenüber. Die möchten gerne bei uns in die Wohnung, aber wir saßen sie nicht mehr rein und die müssen ja irgendwo bleiben. Jedenfalls in deren Logik. Und dann gehen sie da hin und sagen, also wenn wir da hingehen, dann sehen die das vielleicht und dann passiert was. Dann ändern die sich. Und vielleicht müssen wir das verstehen. Vielleicht müssen wir uns in der Tat ändern. Und ein wenig weichherziger sein in unseren Aussagen diesen Leuten gegenüber. Und ein wenig deutlicher sein bei den Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Es ist ein enormer Kommunikationsfehler, quasi ein unverzeihlicher Kommunikationsfehler gewesen, dass bei dem sogenannten Heizungsgesetz nicht von Anfang an das Wesentliche für die Menschen mit wenig Geld kommuniziert worden ist, nämlich dass dieses Gesetz so gemacht wird, dass es keine Gefährdung ihrer kleinen Eigenheime gibt, dass sie nicht ihr letztes Hemd dafür hergeben müssen, neue Heizungen einzubauen. Das ist nicht kommuniziert worden, sondern man hat kommuniziert, warum es notwendig ist, sozusagen klimapolitisch notwendig ist, diese Heizungen einzubauen. Und das ist doch auch richtig. Aber das ändert doch nichts daran, dass Leute dann in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn die denken, jetzt ist das Haus weg, wenn die Heizung kaputt geht. Das nicht zu kommunizieren, das darf nicht passieren. Wir müssen sagen, wir achten darauf, dass ihr nichts verliert, wenn wir diesen Staat anpassen an die Zukunft, weil wir wissen, dass es genug Menschen gibt, die das finanzieren können, weil die sehr, sehr reich sind und weil wir euch den Armen nicht in die Tasche fassen werden. Und so muss auch die Politik gemacht werden. Denn wenn wir die Politik nicht so machen, dann schaffen wir uns selber die Umstände, wo diese Leute den Bauernfängern und den Schleppern von rechts in die Arme laufen, die genau das dann machen werden, was diese Leute denken, dass wir tun. Die nämlich werden ihnen das letzte Händen nehmen und das kleine Häuschen, weil denen die Armen völlig scheißegal sind. Aber die tun so, als wenn das nicht der Fall ist. Weil die eine Normalität vorgeben, die es gar nicht gibt bei ihnen im Kopf. Im Kopf, rechtsradikaler, gibt es keine Normalität, sondern da gibt es das Durchsetzen der Stärkeren, den Volkskörper insgesamt. Und wer dabei untergeht, sind immer die Armen. Deshalb müssen wir kommunizieren, dass wir die Alternative dazu sind. Wir sind die soziale Gerechtigkeit. Völlig egal, ob das jetzt die SPD ist, die Gewerkschaften oder die demokratischen Teile der Partei, die Linken. Und das bedeutet auch, dass wir uns völlig klar und unmissverständlich gegen diese Leute wenden müssen, die davon rechts versuchen, wieder an die Steuerhebel der Macht zu kommen. Das bedeutet auch, dass die Gewerkschaften viel, viel aktiver sich wenden müssen gegen die AfD. Das bedeutet, dass die Sozialdemokratie deutliche Worte finden muss. Deutliche Worte, die verständlich sind und kein Politiker deutsch darstellen. Gegen die AfD und für soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Und das bedeutet, dass die CDU keine Taschenspielertricks anwenden darf, um sozusagen zu glauben, dass man mit rechten Worthülsen den Rechten die Wähler nehmen kann. Das wird nicht funktionieren. Damit wird doch nur deutlich gezeigt, dass diese Leute Recht haben, indem man ihren Sprachgebrauch übernimmt. Die CDU gefährdet die Demokratie im Moment und das muss aufhören. Und wir müssen die Demokratie verteidigen. Und das können wir nicht machen, indem wir uns schwammig ausdrücken und die Leute, die dort nicht hingehören, in die rechte Ecke stellen. Das geht nicht. Wir müssen jetzt die Gesellschaft zusammenhalten. Und das funktioniert nur, wenn wir für soziale Gerechtigkeit sorgen und nicht auf jede missliebige Worteußerung, die aus einem allgemeinen Sprachgebrauch, der vor 10, 20 Jahren noch völlig normal war, kommt draufschlagen, als wenn jemand gerade ein wissenschaftliches Standardwerk über Rassismus geschrieben hätte. Oder Rassenlehre. Das geht nicht. So machen wir unsere Gesellschaft mit kaputt. Dankeschön. Dankeschön.